Das Thema dieses Videos ist die Bildverwaltung mit Mediendatenbanken. Welche Medienverwaltungslösungen werden angeboten? E-Foto-Fotos von Apple, kostenlos. Canto Cumulus von Canto.de, kostenpflichtig. Magix Photo Manager Deluxe, kostenpflichtig. Yalbum, erstellt Webseiten mit Bild und Video. Webshare UB64 von Helios.de, kostenpflichtig. Webviewer von SSECH, kostenpflichtig. Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Die nachfolgenden Informationen haben grundsätzlich für jede Medienverwaltung ihre Berechtigung. Worauf ist beim Aufbau der Bilddatenbank zu achten? Erstens, Daten müssen in bester Qualität verwaltet werden. Daraus müssen später diverse Bildformate, Auflösungen, Farbräume und weitere generiert werden können. Zweitens, die Metadaten sind im Bild zu hinterlegen, um später bei der Datenrecherche schnell das gewünschte Bild zu finden. Drittens, die Ordnerstruktur. Ein Ordner mit 100.000 Bildern kann das System verlangsamen, unter Ordner bringen da Abhilfe. Viertens, der Ordnername. Eine sprechende Ordnerstruktur kann die Bildverwaltung vereinfachen. Worauf ist beim Aufbau der Bilddatenbank zu achten? Einfaches Handling ist notwendig, damit jeder Benutzer sich sofort in der Mediendatenbank zurechtfindet. Der Zugriff muss für lokale und Webbenutzer möglich sein. Die Recherche muss über Metadatensuche und Datei oder Ordnernamen und weitere erfolgen können. Zugriffsrechte für verschiedene Benutzergruppen müssen geklärt werden. Ein Administrator hat alle Zugriffsrechte, dies sind Upload, Download, Datenkonvertierung und die Beschlagwortung. Ein Standard-Web-User hat hingegen reduzierte Rechte, dies sind Recherche, also die Suche und der Download. Was sind Metadaten? Metadaten sind strukturierte Daten, die übergreifende Informationen über eine Ressource, wie Bücher, Webdokumente, Videos oder Bilder, beinhalten. Durch Metadaten wird die Informationsressource mit zusätzlichen Daten beschrieben, um sie maschinell und automatisiert verarbeiten zu können. Metadaten werden bei Bildern in den sogenannten IPCT, XMP und oder EXI-Feldern erfasst. Dies ist in Programmen wie Photoshop oder anderen Tools wie EXIF-Tools möglich. Da dieses Metadaten-Thema sehr umfangreich ist, wird es in einem separaten Video besprochen. WebViewer-Konzept Grundlagen des Kundenprojektes BULCH, mit aktuell 52.000 verwalteten Bildern Die Bildverwaltungslösung WebViewer ist eine Schweizer Entwicklung. Sie hat das Ziel einfachste Bedienung und Parametrisierung zu bieten. Entgegen anderen Produkten, erhält der Kunde ein System in dem folgende Leistungen geboten werden. Erstens, WebViewer ist in jedem Webbrowser nutzbar. Zweitens, beliebige Datenmengen. Drittens, beliebige Anzahl Benutzer. Viertens, offen für Zugriff aus dem Internet. Fünftens, Datendownload, Datenkonvertierung über das Web. Sechstens, selbst erstellte Dateistruktur des Kunden wird unterstützt. Siebtens, nutzbar für verbreitete Datenformate. Achtens, keine proprietäre Infrastruktur. Sie ist Apple OS X basierend. Neuntens, vernünftiger Pauschalpreis. Technische Voraussetzungen. Ein Apple-Rechner mit installierter WebViewer-Software verwaltet die Bilder zentral. Die Systemanforderungen sind, mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, Internetanschluss, genügend Datenspeicher inklusive Backup-Konzept. Das System ist für den Dauerbetrieb konzipiert. Ablauf der Bildkatalogisierung. Neue Bilder werden in den Bild-Hotfolder kopiert, der die aktuelle Ordnerstruktur des Projektes enthält. Die serverbasierte WebViewer-Software katalogisiert alle Bilder. Danach werden die Bilder ohne weiteren Aufwand im Webbrowser erscheinen. Suchen, finden, herunterladen, was will man mehr, so einfach ist die Nutzung. Nun zu einer kurzen Demo von WebViewer. Nach dem Login haben Sie die Möglichkeit über Suchen oder Browsen in den Daten zu recherchieren. Mit dem Suchbutton erscheint ein Feld für die Dateneingabe des Suchtextes. Dies wird in allen möglichen Informationen gesucht und je nachdem auch gefunden. Die Suche kann auch nach individuellen Wünschen angepasst werden. In diesem Beispiel suchen wir nach dem Dateinamen und nach Kriterien, die in einer Schlagwortliste im System hinterlegt sind. Die Miniaturen können angeklickt werden, um die Detailinformationen des Bildes zu erhalten. Mit den Pfeilen links und rechts kann innerhalb der gefundenen Daten geblättert werden. Das Beispiel zeigt auch die Optionen zum Herunterladen der Dateien, High-End, 144 dpi oder 72 dpi als Dateiqualität. Dieser Kunde hat seine Daten in sogenannt sprechenden Ordnern abgelegt. Das heißt, die primäre Eigenschaft ist hier zum Beispiel Traktor, dann wird das Bild im Unterordner Traktor abgelegt, und durch das Brausen in der Ordnerstruktur auch gefunden. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. In drei bis fünf Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden. Daher wird die Video-Eye fortgesetzt. Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.